so hallo ich begrüße euch zu einer weiteren folge mario maker 2 ist wieder eine weile her das heißt es dürfte sich wieder ein bisschen was in unserer liste angestaut haben wir gucken einfach mal in die liste rein und ob neue mitteilungen wichtige da sind wichtige werden nur bei neuigkeiten nein ok da ist kein neuer speedrun oder sonst irgendwas gut dann level suchen dann suchen wir einfach level schlüsseltürme wir starten einfach direkt mit den schlüsseltürmünzen sehr gut joris fast vier neues level schlüsseltürmünzen schlüsseltürmünzen wir kriegen wir kriegen wir kriegen ein paar hammer ok ok und kommen hier hoch da sind die münzen und da ist die tür und das war das level ok wie ist der rekord 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 sieben sekunden oder könnte schon sehr gut sein der rekord viel zu langsam viel zu langsam viel zu langsam ok dann nehmen wir den dann nehmen wir den ist ok oder ist wieder so ein guide ding kommen wir spielen direkt wir spielen einfach direkt jetzt von oben nach unten so was soll es ist mir egal ist mir egal nächstes guide level sehr gut ok ist das jetzt überhaupt gut komme ich überhaupt noch durch jetzt ich muss den ja aufmachen ah ja ist ok ach und jetzt hilft der mir dadurch oder was jetzt bin ich stuck ach hilft der mir durch den block hier vielleicht durch ne ich muss den drücken den on off aber dann werde ich ein frosch also dem auszuweichen ist ja nahezu achso einfach treffen lassen ich kann mich ja einfach treffen lassen mensch mensch das war jetzt aber ein schwieriges rätsel ha was ist dein problem ok ok go der muss wieder kommen not bad das ist euer problem ok ich muss mich treffen lassen ah ah ja äh ja war ich ein bisschen langsam jetzt ne war ich ein bisschen Oh, Murp. stopp erst nehmen wir den mit jetzt weiter hier geht es überall darum geht es gar nicht rein da kommt nur was raus daneben so jetzt bin ich hier top ausgerüstet gewesen jetzt so okay okay man wird auf jeden fall von dem hier als man kommt hier nicht man kann sich hier nicht durchtricksen weil das auf jeden fall ein frosch und damit ist die sache durch ok crazy frock achso Oh Crazy flog nine Oh God No Okay Kriege ich? Die müssen alle weg Ah, die kommen aber nach Da kommen welche nach Ja, das ist dumm Ich könnte es trotzdem schaffen Nein, also nicht So nicht Nein 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 Die andere Idee Nein Nein, kommt nicht zu mir Hört auf, zu mir zu kommen Okay, so geht es nicht Bei der anderen Seite Oh, ich würde War ganz kurz War ich sogar klein Aber da kommen sie auch hin Scheiße Dann nochmal Ja, so funktioniert es nicht Nein, das wollte ich nicht Nein 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 Ich will Nein Ich wollte es nicht aufsetzen Oh Gott Dang it Kann ich nicht den so treffen Dass der mir Schaden zufügt Yes Oh Gott, ich dachte schon Yes 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 Okay Das war ein Level Gut Gut Was haben wir noch Frank Red and Black Haben wir das nicht schon mal gespielt Und so was ähnliches Zumindest Ich dachte es Ich habe keine Ahnung So was haben wir doch schon mal gespielt Nein, 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 nein So haben wir das nicht gespielt Oh Junge Oh Junge Oh Junge Oh Junge Oh Junge Junge Oh, was zur Hölle Okay, es ist ein Frank Level Ja, es ist ein Frank Level Ach du Schade What have I gotten myself into Okay Oh Gott, es geht auch runter Kann man nicht ein Checkpoint jetzt haben Ich finde, das war schon anspruchsvoll genug Nook Okay aber ich mache zum dritten mal den gleichen fehler ja okay so jetzt kommt wieder der teil nein nein Oh, Gott. Das war das nächste, was wir bisher hatten an der Stelle. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist böse. Okay. Aber wir sind schon wieder hier. Yes! Okay, wie geht's weiter? Ich hab keine Ahnung. Checkpoint! Da war jetzt die Wand weg. Aber da drüben ist der Checkpoint. Okay, wir schaffen es bis zum Checkpoint. Gar kein Problem. Aber da wollte ich gerade so schön an der Wand stoppen und einfach umdrehen und hab komplett vergessen, dass das gar keine Wand ist. So, erst laufe ich durch und beim zweiten Mal denke ich, ich kann nicht durchlaufen. Was war das? Da hat mein Kopf mir komplett... Yes! Okay, jetzt sollten wir es haben. Okay. What now? Ah. Okay, verstanden. Juhu! Das muss ich erstmal alles Stück für Stück begreifen, was da los sein wird. Oh je. Oh je. Was? Nee. Ach, ach, da... Okay. Oi, oi, oi. Sekunde um Sekunde kommt man immer weiter. Ah. Also darüber, dann das ja auslösen und dann da und dann da und dann da und dann da und da und... Oh mein Gott! Okay. Wir haben ein bisschen mehr gesehen. Immer ein kleines bisschen mehr. Ach, komm schon. So? Nein! Oh! 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 Ich weiß das немножко nicht längere, im Moment. Oh! 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 So nicht. Okay. Oh, was tue ich? Was tue ich? Müll. Müll tue ich. Warum? So. Jetzt aber. Hopp! Und rüber da! Jawohl! Wohin denn jetzt? Ah, nein! Oh Gott. Erstmal durchschnaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir direkt zum Checkpoint kommen. Okay. Okay. Soweit lässt sich das reproduzieren bisher? Okay, aber soweit geht das, soweit geht das, soweit ist das okay. Gar kein Act. Okay. Jetzt muss ich hier rüber und dann hier hoch und dann hier durch. Okay. Und jetzt? Hier. Nein! 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 Ah, nein! Da bleibt noch... Oh, der wäre noch kurz stehen geblieben. Oh, der wäre noch kurz stehen geblieben. Okay, okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, Mist. Okay, alles noch gut. Alles noch gut. Äh? Der ist jetzt komisch gekommen. Vielleicht war es doch nicht mehr gut. Ah, wir haben den falsch reingeladen. Ja, okay. Nein! Jetzt haben wir es wieder... Es wird es wieder zu knapp wahrscheinlich sein, ne? Ja, genau. Man muss wirklich direkt rüber. Man darf da nicht zögern, sonst lädt man den anderen zu spät rein und dann fällt der nicht weit genug runter. Äh! Jetzt hat der nicht gepasst. Jetzt müsste beides passen. Ah, der war knapp. Der war knapp, aber er hat gepasst. Aber er war knapp. Wait! Ich sehe Schießpotenzial. Ich sehe Mega-Schießpotenzial. Ich werde es aber nicht mehr testen können. Äh, mein Schießpotenzial ist, das Springboard hier zu benutzen, um direkt rüber zu kommen. Und gar nicht erst die anderen runterfallen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es sah so aus. Yes! Oh! Okay. Das reicht mir für den Part. Ich hatte meine... Ich hatte meinen Action. Ich hatte meine Action gerade. Oh mein Gott. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.